Hier sehen Sie den Wal in seinem natürlichen Jagdverhalten. Er hat einen Stein gefunden. Was wird er damit tun? Jetzt wird er nach der Beute ausschalten. Und, und, und... Es ist ein Stein! Neuer Versuch. Der Wal ist ein sehr geduldiges Tier. Wir müssen uns ganz vorsichtig mitbewegen. Damit wir den Wal nicht erschrecken. Und wieder hat er zugeschlagen. Unser Kameramann begibt sich gefährlich nah. Und, und, und... Eine Muschel! Der Wal ist überglücklich. Überglücklich, ja!